So Leute, was geht da, was geht da und liebe Grüße aus dem Urlaub. Wir sind hier in Südtirol. Ihr seht, das ist schon mal sehr viel Schnee hier. Kamera. Und ja, jetzt kommt ein kleines Video dazu. Ich werde im Schnee ein bisschen Käse verstecken. Ich habe hier Käse-Stücken. Cesar wartet hier ganz fleißig schon. Natürlich hoffe man sieht ihn. Da sieht man ihn sogar schon. Ja, also ich werde jetzt anfangen Käse zu verstecken. Das ist einfach so ein kleines Suchspiel für ihn. Wie ihr euren Hund auf jeden Fall auslasten könnt. Und ich fahre ab. Mal gucken, Kamera dreht sich. Perfekt. Ihr seht die Landschaft kurz hier. Mega schön. Also falls jemand mit dem Husky Winterurlaub machen wollt, das ist auf jeden Fall das Richtige. Die Schlittenfahrvideos habt ihr wahrscheinlich dann schon gesehen. Aber, so, also ich verstecke hier mal ein bisschen meinen Landeplatz für die Drohne gewesen. Damit ich auch so ein Stehen starten kann. Ich tue mal hier. Was da mal rein. Ihr seht das. Das ist hier jetzt hoffentlich drin. Ich werde hier noch so ein bisschen was verstecken. Müssen wir natürlich das jetzt auch halbwegs merken. Gucken wir mal hier. Kommt noch mal was rein. Zack. Und ich tue jetzt noch was ganz Einfaches. Hier vorne etwas rein. So, jetzt holen wir mal Cesar. Cesar, komm. Komm mal rein. Oder was ist das Cesar? Zurück. So, jetzt bist du wieder der Star wieder. Riechen. Okay, und such, such, such. Also ich habe noch ein bisschen Käse gehabt. Ich lasse ihn einfach mal ein bisschen arbeiten. Der riecht, der riecht, der riecht, der riecht. Gut, da ist auf jeden Fall ein Stück Käse. Das erste Stück hat er schon. Sehr gut. Cesar, such mal weiter, such mal weiter. Das ist das nächste Stück. Das hat das nächste Stück schon gefunden. Perfekt. Und such mal weiter, such mal weiter, such mal weiter. Hier liegt das nächste Stück. Perfekt. Super. Und jetzt, das ist am schwersten, das ist dort. Such mal, such mal, such mal. Such, 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 such. Perfekt. Super gemacht. Da ist noch, da ist noch da drin. Such mal, such mal. Da war es schon richtig. Super, super, super. Ja, da ist es doch, da ist es doch irgendwo. Das musst du jetzt ausgraben. Das hast du vergraben. Super gemacht. Fein gemacht. So, das war es schon mit dem Video. Das ist einfach mal so ein kleines Auslasttraining, was ihr im Schnee auch machen könnt. Ja, im Schnee suchen lassen. Cesar hat hier jede Menge Spaß. Könnt ihr euch ja vorstellen. Und wenn ihr das letzte Video gesehen habt, dann werdet ihr es auf jeden Fall auch mal machen. Also ich kann es euch nur empfehlen. Macht einen Winterurlaub mit eurem Husky im Schnee. Das ist einfach mega geil. Also Schlitten fahren, sich einfach mal ziehen zu lassen. Durch den Schnee zu rennen. Ist einfach mega cool. Und für dich, du kannst einfach wandern, du kannst entspannen. Und du kannst natürlich auch hier in der wunderbaren Natur einfach neue Kraft tanken. Genießt es einfach. Also das war es sogar schon von uns. Nicht wahr, Cesar? Guck mal. Sag es nochmal tschüss. Kriegen wir nochmal einen Laut. Nochmal einen richtigen Laut. Super fein gemacht. Also bis dann.